Türchen 19 Die Geräusche von lachenden und plaudernden Schülern drangen aus dem Gemeinschaftsraum. Draco war allein in seinem Schlafsaal, saß auf seinem Bett und starrte missmutig auf die Tür. Warum zum Teufel waren alle so fröhlich? Er schoss mehrere stille Zauber auf die Tür, aber keiner von ihnen funktionierte. Er hatte den Verdacht, dass seine Zauberei mies war, was nicht weiter verwunderlich war, wenn man bedenkt, dass er sich fühlte, als hätte ihm jemand gerade die Gliedmaßen abgerissen. Es war wirklich seltsam, dass er nicht bereute, Potter das Gegengift gegeben zu haben. Schon wieder, denn das, das Blaze besorgt hatte, funktionierte eindeutig nicht. Und er bereute auch nicht, Potter die Wahrheit gesagt zu haben. Oder einen kleinen wagen Teil davon. Was er am meisten bedauerte, war, dass er Potter nicht gefögelt hatte. Die Anstrengung, die es ihn gekostet hatte, Potters Angebot abzulehnen, war enorm gewesen. Sein Kopf hatte wehgetan von dem überwältigenden Wunsch, Potter noch einmal zu küssen. Aber er wusste, wenn er das getan hätte, hätte es kein Halten mehr gegeben. Er hätte sich nicht mehr umdrehen und gehen können. Seine Kopfschmerzen ließen nicht nach. Sie wurden nur noch intensiver und drängten ihn aufzustehen und zu Potter zu gehen, obwohl er wusste, dass dieser Wunsch völlig irrational war. Er fürchtete um seinen Verstand und um seine Sicherheit. Wenn Potter morgen versuchte, ihn zu verhexen, bezweifelte Draco, dass er sich würde wehren können. Es sei denn, sich auf Potter zu stürzen und ihn zu küssen, zählte als Verteidigung. Draco dachte sich, dass er mehr Zeit damit verbringen sollte, sich Gedanken über Potters Vergeltung zu machen und weniger Zeit damit daran zu denken, Potter zu küssen. Diese Chance war für immer vertan. Aber sein Verstand spielte einfach nicht mit. Merlin, er würde morgen ein so leichtes Ziel sein. Die Schlafsaaltür flog auf und schnappte dann zu. Draco blinzelte, war einen Moment lang verwirrt, doch dann schaltete sein Verstand sich ein und erschoss aus dem Bett, den Zauberstab gezückt und bereit. Er hielt sich für völlig paranoid und selbst als Potter seinen Tarnumhang ablegte und sich offenbarte, dachte Draco immer noch über die Möglichkeit nach, dass er sich Potter nur eingebildet hatte, als er wieder in seinem Schlafsaal auftauchte. Die Sekunden verstrichen und die Vision von Potter wollte nicht verschwinden. »Das wirst du nicht brauchen«, sagte Potter und blickte auf Dracos Zauberstab. Er sprach, also war es echt. Draco schluckte und warf Potter schnell einen Blick zu. Potter sah nicht wütend aus, er sah... ...leer aus. Das war beunruhigender als alles, was Draco sich hätte vorstellen können. Potters Gesichtsausdruck war nie ausdruckslos. Er war einfach nicht in der Lage, seine Gefühle zu verbergen. Er sah gefährlicher aus als je zuvor. Es war ein kleiner Trost, dass Potter nicht bewaffnet war. Er hätte jederzeit nach seinem Zauberstab greifen können. »Blaze sagte, er würde gleich kommen«, log Draco. »Ich brauche nur eine Minute.« Etwas flackerte in Potters Augen auf, etwas, das wie Schmerz aussah. Am liebsten wäre Draco quer durch den Raum gelaufen und hätte ihn geküsst. Dann erinnerte er sich daran, dass er diesen Schmerz verursacht hatte. Aber der Wunsch, zu Potter zu gehen, blieb ungebrochen. Potter griff in seine Tasche und Draco schluckte und umklammerte seinen Zauberstab fester. Doch Potter holte das Letzte heraus, was Draco erwartet hatte. Einen zerquetschten Schokoladenfrosch. »Du hast ihn nicht gegessen«, hauchte Draco verblüfft und hoffnungsvoll. Gedankenlos machte er einen Schritt nach vorne, in der Hoffnung, dass Potter noch immer verzaubert war. Aber der Blick in Potters Augen ließ ihn innehalten. Plötzlich kam ihm in den Sinn, dass es möglich war, dass Potter das Gegenmittel, das Draco gebraut hatte, einfach nicht trinken wollte. »Ich muss ihn nicht essen, Draco.« Potter näherte sich langsam und Dracos Zauberstab zitterte. Wenn er vorhatte, sich zu verteidigen, würde er es jetzt tun müssen. Unglücklicherweise schien er alle Zaubersprüche, die er kannte, vergessen zu haben. Nicht, dass es wichtig gewesen wäre. Potter zog seinen Zauberstab nicht und sah auch nicht so aus, als ob er vorhätte, ihn zu schlagen. Als Potter nah genug herankam, stellte Draco fest, dass sein Gesicht nicht ausdruckslos war, sondern nur eingefroren. So, als hätte Potter Angst, seine Gesichtsmuskeln zu bewegen. Die Emotion in seinen Augen war eindeutig. Es war Traurigkeit. Der Drang, ihn zu küssen, kam wieder auf. Draco ließ seinen Zauberstab sinken, weil er plötzlich sicher war, dass Potter ihn nicht verhexen würde. Aber er fand das nicht gerade beruhigend. Potter sah aus, als hätte er etwas zu sagen, und Draco vermutete, dass es nicht angenehm sein würde. Das Slytherin-Mädchen, das Liebestränke an Schüler verkauft, wurde erwischt, und es hat mir alles erzählt, was passiert ist. Ich verstehe, sagte Draco, der nicht wusste, was er sonst sagen sollte. In gewisser Weise war er froh. Wenigstens würde er die Geschichte nicht selbst erzählen müssen. Vielleicht war es an der Zeit, sich dem Ganzen mit ein wenig Würde zu stellen. Das ist gut für dich. Ich nehme an, du bist hier, um mich zu McGonagall zu bringen? Wir sollten uns beeilen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Potters Lippen zuckten, als wollte er lächeln, aber stattdessen schniefte er. Nein, ich bin hier, um dir zu sagen, was passiert ist, denn du kennst nicht die ganze Geschichte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie kenne. Draco runzelte die Stirn, weil er nicht wusste, warum sie sich unterhielten, anstatt sich anzuschreien und zu verfluchen. Bist du sicher, dass du nicht mehr verzaubert bist? Fragte er, vielleicht nur ein wenig hoffnungsvoll. Oder sehr. Potter schloss kurz die Augen und zog eine Grimasse. Er holte tief Luft, bevor er sprach. Das Mädchen Dillis, deine Mitbewohnerin, sie hat mit Liebestränken experimentiert. Das weiß ich. Bitte lass mich ausreden, sagte Potter und Draco konnte nicht widerstehen, seiner Bitte nachzukommen. Sie hat einen angeblich romantischen Trank gebraut, der mit einem Kuss besiegelt werden sollte. Am besten innerhalb von 24 Stunden nach der Verabreichung. Aber sie wusste nicht, ob es funktionieren würde oder nicht, also musste sie es testen. Mit Sully und dir, ich weiß das alles, Potter, sagte Draco gereizt, auch wenn das nicht ganz stimmte. Er wusste nichts von dem Zeitlimit, aber warum zum Teufel sollte das eine Rolle spielen? Ja, sie hat sich gedacht, dass ich die perfekte Versuchsperson wäre, da ich anscheinend geschädigt und traumatisiert bin und deshalb nicht in der Lage, eine ernsthafte emotionale Bindung einzugehen, sagte Potter trocken und blickte dann einen Moment lang finster drein. Wenn der Zaubertrank bei mir funktioniert hat, würde er bei jedem funktionieren, aber Sully wurde erwischt und Dillis Test ist fehlgeschlagen. Richtig, sagte Draco. Also hat sie es Pansy erzählt, in der Hoffnung, dass sie oder einer ihrer Freunde den Zaubertrank unwissentlich testen würden. Sie ist eine Slytherin, Potter. So läuft das nun einmal. Draco spottete. Er hatte keine Ahnung, worauf Potter mit dieser Geschichte hinaus wollte. Es sei denn, es handelte sich um eine seltsame Form der Folter. Das hat sie, aber sie hat vorher noch etwas anderes getan. Sie wusste nicht nur, dass Sully mich nicht rechtzeitig küssen würde, sondern auch, dass ich merken könnte, dass ich verzaubert war und sie wollte ihren Trank unbedingt testen. Also hat sie sich zwei Leute aus ihrem eigenen Haus ausgesucht. Zwei Leute, die anscheinend gerne ihre Zeit damit verbringen, darüber zu reden, wie sehr sie mich hassen, während des Frühstücks miteinander zu flüstern und sich nicht um ihren Kürbissaft zu kümmern. Der Boden unter Dracos Füßen bebte, aber Potter war noch nicht fertig. Zwei Menschen, die sich ohne einen Zaubertrank niemals in mich verlieben würden. Und zwei Menschen, in die ich mich ohne einen Zaubertrank niemals verlieben könnte. Potters Stimme brach. Er lächelte bitter. Sie dachte, es wäre der perfekte Test. Und ein großer Scherz, über den alle jahrelang lachen würden. Ich schätze, so hätte es sein können. Draco versuchte, Potters Worte zu begreifen, Aber es gelang ihm nicht. Aber, sagte er, doch Potter redete weiter. Sie hat dir und Pensy den Zaubertrank verabreicht und dann Pensy einen Haufen Halbwahrheiten erzählt, in der Hoffnung, dass wenigstens einer von euch beiden der Gelegenheit nicht widerstehen kann, mich zu demütigen. In der Hoffnung, dass einer von euch mich küssen und verzaubern und damit sich selbst verzaubern würde. Möglicherweise sogar uns beide. Ich schätze, der Plan wäre fast gescheitert, als Pensy Millicent schickte. Wenn du sie nicht aufgehalten hättest, wäre nichts passiert. Mühsam verdrängte Draco die schrecklichen Erinnerungen an Millicents Versuch, Potter zu küssen, und versuchte, sich zu konzentrieren. Potter redete wirres Zeug. Das kann nicht wahr sein. Der Trank musste zwei Wochen lang verabreicht werden. Draco blinzelte. Allerdings, das hatte er nur gedacht, weil das Mädchen es Pensy gesagt hatte. Das hat sie nur gesagt, um den Eindruck zu erwecken, dass es schwer wäre, jemanden zu verzaubern, als wäre das eine einmalige Gelegenheit, mich lächerlich zu machen, damit Pensy die Chance ergreift. Es ist aber gar nicht so schwer. Und es funktioniert, wie das Mädchen beweist, dass Miss heute verzaubert hat. Dillys hat uns neulich in der Nähe des Besenschuppens gesehen und gemerkt, dass der Trank funktioniert, sodass sie ihn verkaufen kann. Draco schüttelte den Kopf. Der Raum drehte sich. Ich verstehe nicht. Ich verstehe das nicht. Das ergibt keinen Sinn. Potter schnifte erneut. Ich habe das Gegengift getrunken, bevor du mich an diesem Tag geküsst hast. Ich war nie verzaubert. Potters grüne Augen schienen dunkler als je zuvor. Aber du warst es. In dem Moment, als wir uns zum ersten Mal geküsst haben. Und du bist es immer noch. Alles, was du in den letzten Tagen für mich empfunden hast, war nicht echt. Nichts davon war real. Nur eine Sache schwang in Dracos Gedanken mit. Du bist nicht verzaubert? Was soll das heißen? Du warst nie verzaubert. Natürlich warst du das. Du hast dich in mein Bett geschlichen, verdammt nochmal. Heute hättest du fast... Du wolltest... Potter schaute auf seine Füße. Ohne nachzudenken, griff Draco nach seinem Gesicht, sodass Potter ihn ansah. Du wurdest nicht verzaubert? Flüsterte er. Aber dann... Aber das... Aber dann bedeutet das, dass du die ganze Zeit... Draco starrte die grünen Augen schockiert an. Potter zögerte einen kurzen Moment und sprang dann zurück. Um Gottes Willen, hör mir zu, Draco, du bist verzaubert. Potter hielt ihm den Schokofrosch hin. Iss ihn! Du machst dich lächerlich! Draco lachte, obwohl der Klang hohl war. Ich bin nicht verzaubert. Ich... Ich weiß, wie ich mich fühle. Nur, dass das nicht stimmte. Er wusste nicht, was er fühlte. Sein Verstand war ein völliges Durcheinander und sein Verlangen nach Potter war die einzige Gewissheit. Du hast die Auswirkungen befundernswert bekämpft, soweit ich das beurteilen kann, flüsterte Potter. Er ergriff Dracos Hand und zwang ihn, den Frosch zu nehmen. Nein, ich brauche ihn nicht, schrie Draco wütend. Das war Wahnsinn. Wenn Potter nicht verzaubert war, dann bedeutete das, dass er Draco wollte. Die ganze Zeit über hatte er ihn gewollt. Das war doch wohl das Einzige, was zählte. Potter sah zunehmend verärgert aus. Die gefrorene Maske verrutschte. Iß bitte einfach den verdammten Frosch, schnauzte er. Und melde dich später bei Pomfrey oder morgen früh. Ich werde nachsehen, ob du es getan hast und wenn nicht, werde ich dich persönlich hinschleppen. Der Ausdruck auf Potters Gesicht brach Draco das Herz. Er machte einen schnellen Schritt nach vorne und griff nach seinem Gesicht. Potter, aber das ist doch wunderbar. Du brauchst dich nicht aufzuregen. Draco lächelte ihn an und beugte sich vor, um Potter einen Kuss auf die Lippen zu drücken. Zwei glorreiche Sekunden lang bewegten sie sich unter den Seinen. Doch dann gab Potter einen erstickten Laut von sich und stieß Draco weg. Bitte Draco, sagte Potter und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Draco bemerkte, dass Potters Hand zitterte. Ich kann das nicht. Du willst das nicht. Aber ich will es. Aber ich will es nicht. Nicht so. Mit einer plötzlichen Bewegung schnappte sich Potter seinen Tarnumhang und bewegte sich auf die Tür zu. Ist den Frosch, Draco. Wenn du nicht verzaubert bist, macht es auch keinen Unterschied. Draco runzelte die Stirn. Da hatte Potter recht. Ernsthaft, schnauzte er gereizt, packte aber den Frosch aus. Wenn das nötig war, um Potter zur Vernunft zu bringen, würde er das verdammte Ding essen. Draco nahm ein Bissen und schluckte ihn schnell hinunter. Dann brummte er. So, ich esse ihn. Es ändert sich nie. Die Wirkung trat fast augenblicklich ein. Die Schokolade hatte nicht einmal Zeit, seinen Magen zu erreichen. Es fühlte sich an, als hätte jemand einen Schleier vor seinen Augen beiseite gezogen, den Nebel aus seinem Kopf getrieben und den Knoten in seinem Magen gelöst. Seine aufgewühlten Emotionen kamen zur Ruhe. Was blieb, war vollkommene Klarheit. Draco atmete scharf ein und schaute zu Potter. Aber er war nicht mehr da. Die Tür schlug zu und Draco war alleine im Raum. Ende Türchen 19